Moinsinn, heute mal ein anderes Video. Ich hatte letztens einen Screenshot gepostet von meinen Szenen in OBS und der gute Westwind hat mir auf Instagram geschrieben, hey Dizzy, könntest du vielleicht mal erklären, warum du so viele Szenen hast und welche Vorteile das hat? Und das möchte ich heute machen. Ich stelle euch heute meinen OBS vor. Also zumindest meine Szenen. Nach dem Intro geht's los. Piu. Also, jetzt sind wir hier mit dem doppelten Dizzy. Ich werde dir jetzt mal ganz kurz zeigen, was hier so alles passiert im OBS. Also meine ganzen Szenen, siehst du hier an der Seite, die sind relativ übersichtlich für meinen Geschmack. Andere Leute sagen, das ist etwas viel. Aber ich habe alles für mich untergliedert, damit ich separat alles auf dem Stream Deck habe und nicht so viel rumspielen muss. So habe ich meine Begrüßungsszenen dort drin, wie du hier oben sehen kannst. Ich habe meine Gaming-Szenen, wenn ich hier sitze, an diesem Setup. Ich habe noch Sachen für Dungeons & Dragons, für die Küche, Podcast-Aufnahmen. Generell, wenn ich den Hardcast mache oder ich Judge Dizzy mache, habe ich auch nochmal separate Szenen dafür. Dann habe ich meinen ganzen Racing-Kram, äh, Kram, meinen ganzen Racing-Kram, der auch nochmal unterteilt ist in Dirt Rally, ETS und ganz normales Racing, je nachdem, was wir da jetzt fahren. Und dann habe ich noch einen Haufen Nest-Szenen, die hier unten sind. Und das werde ich dir jetzt mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Wir nehmen mal die erste Szene uns raus. Und das hier ist diese Szene, wo ich jetzt hier oben in der Ecke sitze. Und hier kannst du jetzt Folgendes sehen. Dort befinden sich Nest-Szenen drin, die ganz unten aufgeführt sind, wo schon feste Bestandteile drin sind, wie beispielsweise der Sponsor-Rotator. Meine Kamera ist oben verpackt. Die ganzen Alerts sind hier. Und mein Bild vom Gaming-Rechner ist auch da. Ich muss dazu sagen, wir haben hier gerade zwei PC-Setup. Also drei PC-Setup, weil der Racing-Rechner ist auch nochmal einzeln. Und deswegen spiele ich meine Bilder immer extra nochmal ein. Aber was du jetzt hier halt sehen kannst, ist, dass mein Gaming-PC hier ankommt. Dann habe ich nochmal meine Konsolen drin, falls ich mal mit meiner Konsole unterwegs bin. Ich habe hier meine Facecam drin, das ist eine Nest-Szene. Da ist dieses Fenster, in dem ich mich gerade befinde, ist einfach schon vorgefertigt zusammengebaut, dass ich, egal in welche Szene ich gehe, diesen vorgefertigten Rahmen bekomme. Und ich kann dann auch jederzeit in der Nest-Szene etwas ändern. Und das zeige ich dir jetzt. Jetzt sind wir hier in der Nest-Szene. Und wie du sehen kannst, ist hier oben auch nochmal ein bisschen was drin. Macht jetzt nicht viel her, aber auf Dauer ist es super simpel, damit zu arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise mal den Kamerarahmen ausmachen und wir gehen wieder in die Szene, in der wir vorher waren, ist der Kamerarahmen weg. Und genau das passiert auf allen anderen Szenen, wo dieser Kamerarahmen drin ist. Genau dasselbe passiert jetzt. Ich mache den Kamerarahmen weg und in allen anderen Szenen verschwindet der Kamerarahmen. Schöne Grüße gehen raus an Jim Panze, denn der hat mir das damals nämlich erklärt. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Gaming-PC und wir machen diesen Rahmen wieder an, ist auf allen Szenen dieser Rahmen wieder an. Und so habe ich super viele Nest-Szenen, wie man sehen kann, für meine ganzen Kameras. Ich habe meine Alerts als auch meine Sponsoren für die jeweiligen Ecken zusammengepackt. Ich habe die überall an derselben Position, wenn ich das einfüge. Und in die Szene springen wir jetzt mal kurz rein. Und da erkläre ich dir dann nochmal ganz kurz, welche Bewandtnis das hat. Also hier sind wir in der Nest-Szene drin für die Alerts. Jetzt gerade kannst du sehen, ist OBS nochmal drin. Das ist normalerweise nicht da. Es ist einfach nur, damit du gerade siehst, was ich dir versuche zu erklären. Ich bin gerade nicht da, weil die Nest-Szene ist komplett naggelig. Und so kannst du jetzt oben in der Ecke sehen, dass meine Sponsoren da sind. Und es ist egal, wo ich diese Nest-Szene einfüge. Ich brauche nur reingehen, Rechtsklick machen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise hier wieder hingehen und du mich sehen kannst, kann ich dir zeigen, mache ich hier einfach hinzufügen, gehe auf Nest-Szene, dann kann ich hier runterscrollen und dann sage ich einfach Sponsoren und Alerts oben rechts. Und dann würde ich das jetzt mal hinzufügen. Und dann siehst du gleich bei mir, oben tauchen die Sponsoren auf. Und das ist alles für Full-HD ausgerichtet. Das heißt, egal wo ich sie hinfüge, sind sie immer an der richtigen Stelle. Ich habe nur zwei Positionen für meine Sponsoren und meine Alerts. Die sind entweder oben oder unten und meine Alerts sind auf der anderen Seite. Das heißt, egal wo ich sie einfüge, sind meine Alerts immer an der richtigen Position. Und wenn ich sie verschieben möchte, brauche ich das nur in einer Szene machen. Und in allen anderen Szenen wird das genau so übernommen. Und das ist der Vorteil davon. So, jetzt ist die Frage, warum ich so viele Szenen habe. Ziemlich simpel, Faulheit. Wenn ich jetzt beispielsweise sagen möchte, ey, wir spielen gerade ein Spiel auf dem Gaming-Rechner und ich möchte meine Kamera oben rechts haben, drücke ich auf mein Stream-Deck und meine Kamera oben rechts. Unten rechts, unten links, oben links und in der Mitte. Und dafür habe ich mir diese ganzen Szenen einfach mal angeschafft. Beim Racen ist das genau dasselbe. Da geht es nachher am Ende nur darum, wo meine Kameras sind und welche Kameras man sehen kann. Wie man jetzt hier in dem Fall sehen kann, gibt es eine Kamera, die kommt von oben. Dann gibt es eine Kamera, die kommt von der Seite. Dann gibt es nochmal eine Facecam. Und dann gibt es auch manchmal noch eine Kopfcam. Und so sind alle Szenen hier aufgebaut mit ihren Bestandteilen aus den Nest-Szenen. So gehe ich jetzt mit dir einmal kurz in eine Nest-Szene rein und erkläre dir das anhand dieser, weil die Beschriftung kannst du sehen. Das sind dann einfach nur noch verschiedene Kombinationen dieser Szenen, weil das alles auf Nest-Szenen aufbaut. Und da geht es nur um die Position. Also, gehen wir doch einfach mal in eine Racing-Szene rein und da zeige ich dir das. Also, wir sind jetzt hier mal in Racing-Baseline drin. Du kannst mich jetzt gerade nicht sehen, weil wir natürlich in der Nest-Szene sind. Jetzt hier mal als Beispiel. Hier oben siehst du gerade, dass wir bei Sponsoren und Alerts oben rechts sind. Und in Sponsoren oben rechts haben wir ja vorhin das OBS eingefügt. Das heißt, das, was du gerade siehst an der linken Seite, ist ja in Sponsoren und Alerts drin. Und das ist die Kunst dieser wunderschönen Nest-Szene. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal drin sind in dieser Szene, kannst du sehen, hier ist das Overlay für die Wetten drin, also die Vorhersagen, die ihr machen wollt. Hier ist mein Garage-Cover drin, wo ich meine Setups verstecke. Denn die erwirbt man ja käuflich und möchte das natürlich nicht for free einfach rausgeben, weil das wäre ja Diebstahl von dem Eigentum anderer. Dann haben wir hier das ganz normale ACC-Overlay, was jetzt gerade nicht an ist an der Stelle. Und wir haben den Racing-PC drin. Das heißt also, hier drin sind die essentiellen Sachen, also die Basis für die Racing-Szene. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise einfach mal in eine Racing-Szene reingehe und dir das mal zeige, nehmen wir einfach mal die übliche, die ich sonst auch habe. Und zwar den Triple-Screen. Dann sind wir jetzt hier drin und in dieser Szene kannst du sehen, dort sind wieder alle Kameras drin an dieser Position und Racing-Baseline. Bei Racing-Baseline steckt er jetzt wieder hier oben in dem Sponsoren-Gelöt drinne. Und dieses Sponsoren-Gelöt haben wir jetzt in Baseline reingebaut, was jetzt hier ist und dadurch verschwindet wieder OBS. Und so sind die ganzen Szenen bei mir ineinander geschachtelt, sodass ich wirklich von ganz unten Baseline immer Sachen draufpacken kann, aber trotzdem jederzeit etwas verändern kann. Das heißt, wenn sich jetzt mein Sponsor verändert oder da ein neuer dazukommt, brauche ich nur eine einzige Szene ändern und der ändert das in allen Szenen, die du hier drüben siehst. Wenn ich einen Kamera-Rahmen wechseln möchte, kann ich das in einer Szene machen und dann ist er für alle anderen Szenen auch gewechselt. Beim Racen ist es jetzt noch ein bisschen, ja, ich sag mal komplizierter, weil manchmal habe ich noch einen Puls drinne oder andere Gadgets, die da mittendrinne sind. Aber das könnte man theoretisch auch ändern. Ich habe für jede Kamera, also wie jetzt vorhin die Facecam, habe ich für jede Kamera eine Netzszene und kann das zusammenbauen. Und an der Stelle, warum ich jetzt nun so viele Szenen habe, auch im Racing-Bereich, es ist einfach der Komfort, eine Taste zu drücken und alle Kameras ändern sich. Wenn wir jetzt hier beispielsweise mal reingehen, ich nehme jetzt einfach mal Wheel und Facecam, kannst du sehen, ich habe jetzt unten in der rechten Seite, da ist jetzt noch kein Bild, da drücken wir jetzt mal kurz drauf. So, dann sollte sie angehen. Dann siehst du unten rechts ist meine Wheelcam, als auch gleichzeitig meine Facecam. Dann gehe ich zu Facewheel, da wird das dann getauscht, da habe ich dann auf der linken Seite meine Wheelcam, auf der rechten Seite meine Facecam und so weiter und so fort. Und so kann man hier alles schön durchmischen und hat alles permanent parat, ohne großartig hin und her zu machen oder irgendwie mitten im Stream irgendwo was hinzuschieben und umzubauen, weil ich das persönlich sehr, sehr nervig finde. Falls du das interessant findest oder das völlig übertrieben findest oder du irgendwas gelernt hast und was Neues kennengelernt hast, lass mich das doch gerne wissen. Ich weiß, dass das ein bisschen crazy ist, sehr crazy, ich bin aber ein bisschen faul und ich habe so einen kleinen Tick für Ordnung und das muss immer alles parat sein und greifbar sein. Lass mich doch mal wissen, ob du auch so bist und vielleicht kannst du mir ja sagen, wie viele Szenen du hast oder wie viele Nest-Szenen du hast oder generell, ob dein OBS auch so aussieht. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob ich der einzige Dulli bin, der so fanatisch in Anführungsstrichen drauf ist und mit seinen Szenen arbeitet. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Lass es dir gut gehen und vielen, vielen Dank für dein Abo, dein Däumchen und dein Kommentar. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.